Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Reign & Legends und ich kann es euch sagen, heute ist es, also ja es ist leicht zu machen, aber es ist nervig, denn irgendwie hat der Zufallsgenerator es geschafft, heute wirklich fünfmal diese Stampe von oben zu bringen. Ansonsten vom Schwierigkeitsgrad her, ja würde ich sagen mittelschwer, es gibt sehr, sehr viele schnelle Wechsel drin und gerade, ich werde euch nachher eine Stelle zeigen, oder gerade der Anfang, wenn man dort so lange auf dem Seil ist, ist natürlich blöd, beziehungsweise es kommt nachher auch noch ein Sprung nach unten, der ist auch nochmal ein bisschen blöd. Ähm, ja, aber ansonsten ist es eigentlich recht gut zu machen, das heißt, wenn es auch recht gut ist. Ähm, hier können wir an der Seite vorbei, wenn es passt, beim nächsten Grad raten wir an der rechten Seite vorbei, da langt uns das leider nicht. So, ich habe mitgezählt wahrscheinlich, dass ich schon, ich habe hier weiter runter, der Wechsel ist manchmal ein bisschen mies, also das ist eine von den schwierigen Stellen, wenn man gerade aus dem Wind nach rechts rauskommt und dann gleich links abdriften soll, ähm, kann man manchmal, und dann kann man vielleicht noch ein bisschen schlusser nehmen. Ansonsten, gerade auch diese Teile kommen auch recht häufig, jetzt hier rechts dran vorbei, weiter der nächste Bumper, einmal, weiter geht es runter, und, ja, jetzt hier an den Augen vorbei, wir schauen nur, dass wir hinter den Augen kommen, sehen wir hier vor. So, hier weiter runter, hier warten, bis eine gute Stelle kommt, immer zu langsam durch, auch noch einmal, so, hier runter, und wenn dieses hier kommt, dann müssen wir schon, da gibt es ein Problem, klar, hier einmal schlagen, und dann kommen wir auch da. Jetzt kommen hier wieder die Augen, das heißt, wir probieren noch mit Fallen ein bisschen Wegboot zu machen. So, haben wir geschafft. Wir kommen hier wieder in den Schnellwechsel, einmal nach links, einmal nach rechts, ja, auch wieder zumachen, einmal durch, zweimal durch, und wir bekommen die 1000 Meter Taussee. So, ganz vorsichtig, ganz langsam, hier wieder so ein Kreisrad, wir gehen durch, und die Stelle ist jetzt natürlich für den Nies, weil wir hier natürlich immer so ein bisschen gucken müssen, nicht zu lange den Hubschrauber machen, aber auch nicht zu gucken. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, und wir sehen uns morgen zum Action Daily Challenge, bis dann!